Der erste Vollmond des neuen Jahres durchläuft am Himmelszelt des Sternbildkrebs und damit aktiviert er eine Art innerer Rückzug, sodass wir uns Zeit nehmen dürfen, die ersten Ereignisse des neuen Jahres zu verdauen. Nimm dir somit einen Moment Zeit, wende dich deinen inneren Welten zu, deinen inneren Bildern und empfange das, was in dieser Vollmondnacht in den Träumen zu dir kommen möchte.